Äh, wir waren halt, äh, noch nicht auf dem Platz angekommen. Schade, dass man den Traktor nicht benutzen kann. Au, Stacheldraht am Ei. Fail, Junge. Sniper Fail. Ja, oh, Alter, den hat's auch, den hat's von den Beinen gewedet. Vom Feinsten. Ich spawle bei Bertha. Du, zieh mal das Feuer auf dich, damit ich hier in Ruhe snipen kann. Alarm. Alarm. Da schießt's. Ah, am M-M-G. Ja! Ah, er weiß, wo ich bin. Er weiß es einfach. Ja, dann kann's ja losgehen hier. Okay, wir haben verstanden, hoffe ich. Jungs, ladet nach. Schön, dass er mir Bescheid sagt. Au. Menschenskind. Kaum angekommen, kriegst du schon wieder eine reingepräzelt. Äh, Raps, oder was das ist. Raps, glaube ich. Ich sehe wieder nichts. Dann mal ein bisschen näher ran ans Geschehen. Da war einer. Yep. Pfff. Danke. Gut gemacht, Soldat. Du auch. Bester Mann. Aber der Raps muss weg. Gut. Im Schutz des Dicken. Im Schutz des Dicken. Lag da einer oder wie oder was? Naja, dann gucke ich mal hin hier. Ein beliebter Spot. Nein! Mann! Und schon, und schon. Wo? Panzer. Da liegen sie rum. Ah, nein! Meine Chance, meine Chance. Oh, der hat einen Satz gemacht, Alter. Hallo. Zack. Und der Dicke fährt nochmal über mich drüber. Kann mir jemand helfen? Alter, ich brauche selber Hilfe. Siehste doch. Wir haben ein Ziel an und verloren. Ist mir egal. Ich kämpfe hier ums nackte Überleben. Ja, wenigstens mal wieder einen weggeschossen. Ja, wir erobern das verdammte Ziel. Dieses gottverdammte Scheiß B. Bertha, Junge. Die Dicke Bertha möchte erobert werden. Von einem jungen Helden. Wie mir. Oh, schön. Und Dicke Bertha wurde erobert, aber doch nicht von mir. Lalalala. Schön durch den Raps. Sieht ja gut aus. Rapsfelder sehen immer irgendwie gut aus. Der Geruch ist nicht für jedermann. Au. Du hast mich schon. Ja. Ja. Und nochmal. Ja. Junge, ich hoffe, du hast Kopfschmerztabletten dabei. Raus das Teil. Okay, hier oben treiben sich alle rum. Immer mal ein kleiner Blick auf die Minimap riskiert. Junge. Schmerzen verursacht das sowas. Mann, dass man immer so lange Anlaufphasen braucht, um ins Spiel zu kommen. Die Mannschaft war noch nicht auf dem Feld angekommen. Würde man im Fußballschargon sagen. Äh, wir waren halt, äh, noch nicht auf dem Platz angekommen. Nach, gefühlten 50 Minuten. Au. Da am, am Schornstein. Oh Mann. Wieso denn? Na, jetzt kann ich es vergessen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Schornstein ist. Und da schießt einer aus der Lüge. Von allen Seiten. Ui. Der sogar. Ach, da sitzen zwei. Okay, wir haben die fette Bertha unter Kontrolle gebracht. Zeig dich. Komm, komm, komm. Nein, schade. Und versuch was, wer da ist. Dann versuch was. Hockt der da? Hallo? Sein Kumpel. Ich schieße vorbei. Da liegt der. Zack. Jetzt nicht mehr. Sein Kumpel noch. Nein. Die Bertha, Junge. Die Bertha. Wir verlieren die Bertha. Er wird gerettet. Oh nein. Wie konnte ich... Ja, jetzt übrigens... Du kannst ihn wieder... Du kannst zurück... Er liegt wieder im Dreck. Du kannst ihn wieder hochheben. Eine Spritze in den Arsch jagen, damit er wieder fit ist für den Kampf. Man glaubt es kaum. Oh, man glaubt es kaum. Ja. Das war auf den letzten Drücker. Allerletzte Eisenbahn war das. Was passiert jetzt hier bei Pferde? Da ist jemand. Man, ist da Hitmarker, Alter. Was ist da los? Oh, da tummeln sie sich da oben. Ist das eine Insel, ein ganzes Paratis? Da schieße ich jetzt mal ein paar blaue Brunnen rein. Kommt, Jungs. Es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Findest einen guten Spot und schon kommt einer, der dir es vernebelt. Oder einer, der dich abknallt. So, rein hier. Nein! Da wollte ich gerade zu meinem schönen Spot, wo die alle da oben in diesen auf dieser kleinen Insel geschimmelt haben. Nein, jetzt wissen sie es. Sie wissen, wo ich bin. Ich schieße vorbei. Mann! Gib! Ja! Oh. Level 9. Ich höre überall Schritte. Ich höre schon wieder Geister. Ich sehe und höre Geister. Das ist Six Cents, Junge. Der Mann hat Scheiße im Hirn. Lauf los! Schade, dass man den Traktor nicht benutzen kann. Au! Stacheldraht am Ei. Wieder zurück ins Schlachtfeld, Kamerad! Komm! Ja, ich versuch's ja. Ist alles nicht so einfach. Mann. Freund und Feind. Seite an Seite. Ich mit der Sniper mittendrin. Alter, was ist das? Fail, Junge. Sniper Fail. So war das nichts. Und schon wieder die ganze... Ja, oh, Alter. Den hat's aber... Den hat's von den Beinen gewedet. Vom Feinsten. Man hat förmlich den Rückstoß gespürt. Ich selbst hab ihn gespürt. Am eigenen... Am eigenen... Alter. Am eigenen Leib. Dahinter im Stein war noch einer. Okay. Danke, Bruder. Mach... Mach noch mehr Nebel, dass ich hier gar nichts mehr sehe. Jetzt. Da. Uh, das hat sich gelohnt. Oh, ey. Oh, nice. Komm. Wieso? Danke. Ich spawne bei Bertha. Und sie wird mir ewig dankbar sein dafür, dass ich sie beglückt habe. Mit meinem langen Schießgewehr. Die dicke Bertha. Von allen gehasst. Aber... Alter, was? Da hab ich wieder gepennt. Oh. Schöner Snipe. Schöner Snipe. Vorbei, vorbei, vorbei. Alle wollen Bertha, Junge. Aber eigentlich findet ihr sie doch alle scheiße. Und mit ihrer neuen Frisur... Oh, Sektor Artillerie. Feindliche... Gleich zerreißt es mich in tausend Stücke. Die fette Bertha hat sich eine neue Frisur machen lassen. Sie sieht jetzt aus wie... ...ein Nachttopf. Ein benutzter... ...vollgeschissener Nachttopf. Lauf. Man, das wollte ich doch gar nicht. Ich schmeiß mir eine Granate einfach auf meine Kumpels. Kommt, Jungs. Hier hinten. Euer Lieblingsspot. Ihr zeigt euch doch immer gern. Ich dachte... ...verstand da nicht gerade einer. Doch, doch. Doch, doch. Doch. Aber er duckt sich... ...geschickt. Ein Sanitäter. Man möchte es kaum glauben. Es gibt sie wirklich. Ja. Danke, dass er mir nochmal die Chance gab. Ich liebe Leute, die mir eine zweite Chance geben. Denn ich habe nicht nur eine zweite, sondern nur noch eine dritte und vierte Chance verblügt. So wie der. Junge, bleib stehen. Zeig dich. Danke. Ähm. Du zieh mal das Feuer auf dich, damit ich hier in Ruhe snipen kann. Du musst die mal alle auf dich aufmerksam machen. Damit sie aus ihrem Verstecken rausgeschissen kommen. Und ich hier einfach leichtes Spiel habe. So wie ich mir das vorstelle. Leichtes Spiel. Was ist das denn? Ach ja, die dicke Bertha hat sich ja jetzt verschoben. Sie hat sich mit ihren 800 Kilo... Die dicke Bertha hat sich verlagert. Wollte ich sagen. Mit ihren 840.000 Kilo hat sie sich in eine andere Position gewälzt. Man hat sie in Mehl gerollt. Danke. Darf ich heute auch mal mitspielen? Sehr schön. Alarm. Kräintet der gute Mann. Wir verlieren Anton, Alter. Aber Anton ist mir eigentlich relativ egal. Was? Dieser Hund. Guck dir doch diese Ratte an. An alle Einheiten. Wir haben die Lärmung verloren. Junge, das sehen wir selber. Aktuellere Informationen wären nicht schlecht. Mal so Positionsangaben. Danke. Positionsangaben von Feinden wären nicht schlecht. Aber ich kriege es auch ohne dich hin. Du Nachttopf. Du Nachtjacke. Was für ein Geschmäckle. Das schmeckt mir gut. So ein Headshot. Macht Spaß. Ein Headshot für jung und alt. Und auch für unterwegs zum Mitnehmen. Ich liefere kostenlos. Oh, da kommt was an. Oh, da kommt was an. Oh, da kommt was an. Und, 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 und. Ja, Ziel hat nur übernommen. Da könnt ihr euer Ding da reinjauchen. Ist egal. Ihr kommt zu spät. Oh, da schießt's. Oh, da schießt's. Ah, am M, 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 G. Am M, G. Komm. Genau den Schlitz. Ey. Ich war doch. Ich war doch genau. Dieser scheiß M, G-Schützer. Oh, da ist klar. Wieder ein Arzt. Der Mythos wurde bestätigt. Als echt. Er hat ihnen Stücke geschossen. Anton ist schon wieder verloren. Gucken wir mal schnell zu Anton zurück. Da fällt schon die ganze Hütte zusammen. Ja, einfach mal so in die Gegenballern. Vielleicht treffe ich ja was. Ah, ja. Mist. Dieser Flammentyp macht mir Angst. Da läuft einer. Nein. Yo, wir haben Werte erobert. Ich bin mitten in Bertha. Ich bin, ich liege auf ihr. Auf ihren Speckwürsten. Die dicke Bertha. Hallo. Anton aus Tirol muss wieder zurückerobert werden. Hier oben schießt sich einer den Wolf. Ja. Ah. Danke. Das habe ich gebraucht. Mann. Mann. Das war ein Genuss. Schon wieder. Hallo Bertha. Ich komme zu Tirol zurück, mein Liebling. Mann. Zu zögerlich. Oh, da kommt wieder sie angeflogen. Fliegt, glaube ich, Richtung Anton, oder? Sehr schön. Mit Schmackes. Muss Aua gemacht haben. So, kommt Jungs. Hier, zeig nochmal. Mann. Was warte ich denn nur? Scheiße. Zu zögerlich, zu zögerlich. Vorbei. Vorbei. Er weiß, wo ich bin. Er weiß es einfach. Was tue ich? Was tue ich? Ja, okay. Okay. Unsere Leute. Wir gehen flöten. Es sind noch fünf Leute. Fünf Leben. Fünf Seelen am Leben. Vier. Vier. Jetzt komme ich. Dann sind es nur noch drei. Ne. Mit mir zu. Noch vier. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, weil. Ja. Weil ich noch nicht da war. Und jetzt vor Schreien runden. Dann. Da kommt schon wieder so ein Brummer. So ein dicker Brummer, jo. Nein. Aschleck. Nein. Und das war's. Ja. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Leute. Tschüssi. Wünsche euch was. Ringehauen. 19 Kills. Okay. Okay.